Ja, am Freitag, dem 2.2.2018 findet in der Flenz Arena hier der Tag der Youngster statt und wir haben einige Gäste hier eingeladen, um den Tag der Youngster einzuleuten. Die A-Jugend der SG spielt gegen den TSV Sieverstedt und das Junior-Team der SG gegen den DHK Flensburg. Mike, mit dir fange ich an. Wie guckst du denn als Bundesliga-Trainer auf so eine Veranstaltung auf den Tag der Youngster? Ja, erstmal ist das eine tolle Veranstaltung für die jungen Spieler. Das ist natürlich etwas Besonderes, sich vor einer großen Kulisse, vor vielen Zuschauern präsentieren zu können. Und dann ist es natürlich auch so, dass ich dann so einen Tag dann auch nutze, um mal zu gucken, wie weit die Jungs sind, was da in den letzten Jahren passiert ist. Oder in den letzten Wochen, wir sind ja im sehr engen Austausch mit allen Leuten, sodass ich mir die Spieler dann auch mal unter diesen Bedingungen angucken kann. Und ich glaube, dass es schon nochmal was anderes ist, vor so einer Kulisse zu spielen. Und da freue ich mich drauf und da freuen die Jungs sich mit ganz großer Sicherheit auch drauf. Das wollen wir doch gleich mal abfragen. Max Peters, da ist das Mikrofon. Ein Spieler, der Spieler vom TSV Sieber steht. Derby vor großer Kulisse. Ansporn, Herausforderung oder auch Belastung und Druck? Ja, also ich denke, dass es alles ist. Also vorab erstmal, wir sind ziemlich glücklich, dass wir so eine Chance bekommen, dass wir vor so einer riesen Kulisse spielen dürfen. Und auch noch gegen unseren Rivalen dann hier aus dem Kreis. Ja, also wir als kleiner Verein und wir haben ja auch viele Ex-Flenzburg-Spieler, freuen uns riesig darauf auf das Spiel und werden da auch motiviert reingehen. Wir rechnen uns da auch Chancen aus. Also wir gehen da nicht als Underdog rein. Und ja, wir freuen uns sehr doll darauf. Okay, das ist nochmal eine Ansage. Dann darf ich das Mikrofon mal weiterreichen an Mikkel Ebeling, seines Zeichens Neffe von Lars Christi Hansen, A-Jugendspieler bei der SG. Die Ansage war klar, die gehen da nicht als Underdog rein. Wie seht ihr das zu diesem Spiel hin? Wie siehst du die Chancen der SG? Ja, also wir gehen auch natürlich rein, um das Spiel zu gewinnen. Und wir freuen uns sehr auf natürlich viele Zuschauer und hoffen wir. Und ja, wir gehen rein, um zu gewinnen. Hundertprozentig. Okay, dann darf ich das Mikrofon weitergeben wieder an den ersten Vorsitzenden, Marc Albertson vom TSV. Was bedeutet für dich so ein Tag der Youngster hier vor Ort für den regionalen Nachwuchshandfall? Für uns bedeutet das natürlich, dass es eine große Freude ist, dass wir zu so einem Event eingeladen werden. Dass wir überhaupt Bundesliga spielen, ist für uns natürlich schon ein Highlight genug. Jetzt dann noch vor so einer großen Kulisse so ein schönes Spiel zu haben, das ist schon eine große Ehre. Und da freuen wir uns als Verein mächtig drauf. Okay, dann Lewe, Lewe Vorquartzen von der Flensburg Akademie. Wie waren die Erfahrungen mit dem Tag der Youngster bisher und soll diese Marke ausgebaut werden? Ja, vielen Dank. Ja, die Marke soll unbedingt ausgebaut werden. Das ist gar keine Frage. Wir sind ja angefangen mit gut 1000, dann waren es gut 2000 und jetzt waren es knapp 3000. Und wenn wir diese Zahl wieder erreichen können, ist das eine fantastische Situation für den Nachwuchshandfall in der Region. Und ich glaube, das unterstreicht ja noch ein bisschen das, was wir für den Nachwuchs in dieser Region generell tun. Und wenn dann eben die Akzeptanz und, sag ich mal, auch dieses Mitgestalten aus der Umgebung, aus den Nachbarvereinen stattfindet, mit stattfindet, ob das nun in Sieverstedt ist oder ob das DRK ist, ob das Monkbrauch ist, das ist vom Grundsatz egal. Es ist eine Veranstaltung hoffentlich für uns alle. Und so ist sie gedacht, dass dort eben Handball auf diesem hohen Nachwuchsniveau präsentiert wird und das soll das auch ganz, ganz dick unterstreichen. Und ich glaube, man darf das auch so sehen und es nochmal dann auch deutlich machen. Heute hat zum Beispiel unsere Jugend B das Spitzenspiel in der Oberliga gewonnen gegen Schwartau. Und das Tabellenführer gestern hat unsere Jugend A in Magdeburg, die hatten zum Teil Anlaufschwierigkeiten in unserer Jugend A. Aber gestern haben Sie Michael mit acht gewonnen oder wie viel? Mit zwölf in Magdeburg gewonnen. Also ich denke einfach, es unterstreicht, dass hier eine Leistungsfähigkeit da ist und dass es sich auch lohnt, dann zu uns zu kommen. Und wir freuen uns natürlich riesig, wenn solch ein Event eben auch entsprechend angenommen wird und zwar von Zuschauern wie eben auch von Unterstützern aus der Wirtschaft. Ja, kommen wir zum DHK. Hier stehen sich ja das Nachwuchsteam der SG und DHK gegenüber. Was ist das Besondere an diesem Stadtderby? Ja, ich denke mal, dass einfach die Rivalität zwischen den Vereinen was ganz Großes ist und dass gerade nach der Hinspiel-Niederlage, wo wir jetzt verloren haben, wir doppelt motiviert sein werden, das Spiel für uns zu entscheiden. Ist so ein Event etwas Besonderes, etwas ganz Besonderes in dieser Stadt? Jetzt auch hinsichtlich möglicherweise, dass hier mehr Zuschauer sind als sonst in der Idritz-Halle? Ja, klar ist das etwas ganz Besonderes, vor dem Publikum zu spielen, aber ich denke auch in der Idritz-Halle, wo das eine kleine Halle im Vergleich zu der Flenz-Arena hier ist, brodelt die Halle dann auch ziemlich auf. Aber vor so einem Publikum, vor gut 3.000 Leuten, wie Lewe meinte, zu spielen, ist natürlich auch noch etwas anderes. Dein Spieltipp? Ich denke, es wird ein enges Spiel, hoffentlich. Und dass wir am Ende doch mit 1, 2 Toren gewinnen werden. Okay, dann im Blick in die Runde. Gibt es Fragen an die Herren hier auf dem Podium zum Tag der Youngster? Haben wir. Gerne. Jasper, du hast wahrscheinlich bisher auf der SG-Seite gespielt. Wie oft warst du schon dabei? Und kannst du doch mal sagen, wie es denn jetzt ist, dann brauchst du schon THK? Meinst du, beim Tag der Youngsters? Achso, ich glaube, ich war von Anfang an dabei. Das ist das dritte Mal, ne? Viertel Mal. Und was war die Anfrage? Ja, einfach, also du hast dann halt bisher immer als SG-Spieler das miterlebt. Jetzt kommst du dann halt als THK-Spieler her. Würdest du einen Unterschied machen? Oder sagst du, man fahrt sich einfach auf dieses Event. Einen Unterschied wird es, glaube ich, nicht groß machen. Außer vielleicht, dass ich meine Gegenspieler noch ein Stück weit mehr kenne als die Jahre zuvor. Aber ich gehe in das Spiel rein, wie auch in jedes andere Spiel. Und es macht eigentlich keinen Unterschied für uns. Klar ist das ein Auswärtsspiel, aber es ist ja nicht so weit zu fahren hier. Okay, nochmal mit Einblick in die Runde. Atorus-Auswärtsspiel, wie wird denn die Stimmung sein? 50-50, was erwarten so die Protagonisten von diesem Spiel? Gibt es da klar, irgendwie mehr Zuspruch für THK? Was erwarten wir aus Sieber steht? Werden viele Auswärtsfans mitreisen? Da gehen wir erstmal ganz stark von aus. Das ist eine Auswärtsfahrt, die kann man bewerkstelligen. Und da gehen wir schon von aus, dass wir deutlich dreistellig hier auftreten. Gut, okay. Und THK? Ich denke mal, dass auf jeden Fall, was du meinst, 50-50 wird es denke ich mal nicht sein, weil die SG ja einfach auch eine größere Fanszene hat, wo ja auch aus der ersten Mannschaft viele kommen werden. Hoffe ich zumindest. Aber der THK wird natürlich auch gut vertreten sein. Wie viele, weiß ich jetzt nicht. Gut, dann bedanke ich mich bei allen Protagonisten hier zum Tag der Youngster, Freitag 2.2.2018 hier in der Flenz Arena und wünsche euch noch einen schönen guten Abend. Dankeschön. Vielen Dank.